hallo und herzlich willkommen bei next games lp wir spielen heute sims und tap it out der 67 part vom game und es geht auch schon los viel spaß und let's go auf geht's ja neue events sind glaube ich freigeschaltet ok gucken was wir hier haben ok ok kann ich noch nicht machen ok sehr schön fertig ok ok sehr schön sowas haben wir da jetzt kommen was steht da was steht ok lisa ok ich muss erstmal alle freischalten ich muss erstmal alle fertig machen ok das fertig sehr schön wie gibt es fertig humor und martin fertig der ist fertig sind die anderen ich habe irgendeine herausforderung geschafft okay sehr gut ein donut sehr gut was habe ich hier lassen nicht ein paar walking machen ja auf jeden fall mache ich okay ich glaube waren es alle gucken okay das fertig so sehr schön ich glaube hier ist okay alle sind fertig sehr schön so auf jeden erstmal machen wir das rubbelose ich hoffe die gucken mal bitte 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 nur 500 sehr wenig so dann haben wir hier wo wart mal wo war das jetzt war hier nein lass lisa die kann das auf jeden fall machen die kann das auf jeden fall auch machen sehr schön okay was kann das auf jeden fall okay was kann er für aufgaben machen wir haben noch irgendwelche aufgaben wichtige aufgaben nicht ich glaube wichtige aufgaben haben wir gar nicht äh äh nein haben wir nicht schade okay ist fertig sehr schön und das haben wir noch geht es hier erfüllt sehr schön okay okay was haben wir da ne dazu habe ich zu wenig geld auf jeden fall ich muss auf jeden fall mehr geld sammeln weil ich zu wenig davon habe aber das bekommen wir auf jeden fall hin einfach ein paar tage nichts ausgeben und dann passt es schon ok so auf einmal hier der kann auf jeden fall ein power walking machen bad kann das combat man kann auf jeden fall der kann auf jeden fall der kann auf jeden fall mit maggie spazieren gehen ja mach mal so kurz gucken wir mal kurz hier war es hier das war glaube ich hier äh ich weiß gar nicht wo das steht hier nebenbei werde ich mich jetzt auf keinen fall anmelden wenn ich jetzt hier mache sieht man das hier irgendwo ne ok gehen wir auf jeden fall zurück auf jeden fall zurück ich versuche beim nächsten mal irgendwie herauszufinden wie ich zum beispiel freunde hinzufügen kann weil ich krieg das irgendwie nicht hin ich weiß nicht wie das geht weil ich habe versucht mich bei EA anzumelden und irgendwie hat es nicht geklappt und ich konnte dann wieder von vorne anfangen und darauf habe ich jetzt echt keinen bock mehr so nehmen wir noch das mit so nehmen wir noch das mit Krusty kann auf jeden fall Krusty kann auf jeden fall Krusty kann auf jeden fall Mr. Teenie ausführen natürlich Wigem kann auf jeden fall was kann der machen der kann Krusty kann ja 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 da kann auf jeden fall das machen Junge das machen Hey auf jeden fall опasz Bier servieren users Minder De штange Sp局 es geht ich brauche auf jeden fall mehr geld ich habe so wenig so der kann auf jeden fall das machen der comic verkäufer der kann auf jeden fall kostümspiel sehr gut er kann auf jeden fall paar beraten der kann auf jeden fall millhouse kann auf jeden fall einen drachen steigen lassen willi kann die boden schuppen der kann auf jeden fall was machen fahrrad fahren der kann auf jeden fall die simpsons auch spionieren sehr schön so wir haben auf jeden fall alles erledigt sachen freischalten konnte ich leider noch nicht neue sachen weil ich habe einfach zu wenig geld und das geht das nicht einfach zu wenig deswegen erstmal sammeln wieder geld und dann geht es auch weiter mit freischalten und so das haben wir auch das haben wir auch so es wird auf jeden fall immer größer soll ich jetzt noch hunderen bahn ich glaube hunde renn bahn mache ich jetzt nicht an doch mache ich toll ich probiere es einfach mal vielleicht klappt es ja ich hoffe es gucken 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 ich habe verloren schade ich habe leider verloren oh mein gott shit man so wir haben das auf jeden fall das haben jetzt alles hier sind auf jeden fall alle beschäftigt ich kann nichts neues bauen warten was haben wir hier gehe zu der braucht noch was das okay das ist auch noch erledigt okay so das haben wir das haben war so ich kann wirklich nichts bauen erst nervt mich gerade hier was haben wir hier hier habe ich auch nicht schade das bringt mir auch wieder nichts so was haben wir dann noch damals gar nichts ein bisschen geld eingesammelt auf jeden fall so ja so mein freund ich konnte leider nichts mehr neues bauen weil ich zu wenig geld habe und es sind leider wieder alle beschäftigt und damit sage ich bis zum nächsten mal next games bis raus haut rein